Na, reingefallen? Hier geht es nicht um Sex, was man bei den verführerischen Blicken von Neil Patrick Harris, dem Bett und den Rosenblüten durchaus vermuten könnte. Nein, es geht um Schlaf. Das ist das Einzige, was der How I Met Your Mother Star will. Und dabei soll ihm ein Drink helfen. Das vermeintliche Musikvideo entpuppt sich als Werbespot für ein spezielles Getränk, das beim Einschlafen helfen soll und auch die Schlafqualität verbessern soll. In dem Spot wird der 40-jährige Schauspieler von Rapper Problem... ...und Sänger Asher Monroe unterstützt. Die Getränkemarke hatte in einer Umfrage ihre Fans entscheiden lassen, wen sie am liebsten einmal als Übernachtungsgast hätten. Und die Wahl fiel auf ihn. Gute Nacht oder besser gesagt Auf Wiedersehen muss Neil Patrick Harris allerdings auch zu seiner Rolle als Barney Stinson in How I Met Your Mother sagen. Die neunte Staffel, die zur Zeit in den USA läuft, ist die letzte der erfolgreichen Comedy-Serie. Von Anfang an, also seit 2005, spielte er darin mit. Da kann man auch schon mal etwas erschöpft sein und nur noch einen Wunsch haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017